Blumen in Lakitus Ach herrje, tu mir Lakitus, wir sind beide mit Da ist die Sauer Guck mal da oben, bist du in der Wolke? Ja Ich hab dir ein Leben vom Himmel gebrauchen Aber du musst nicht so schnell über aufgedreht werden Na, ich war nur für dir, komm Er ist zurückgekommen Wo muss ich hin? Er ist zurückgekommen Er ist zurückgekommen Er ist zurückgekommen Ja, aber da oben ist keine Menze Da wo das Ding ist, da gibt es einfach nur normale Menzen Da kann man mit Lakitus Wolken hochgekommen Das ist so ein Shit Achtung schnell Ich hab's Oh nein Ich dachte kurz ich bin Mann Das war ein schlechter Herz Mann Mann Gerade noch Zwei Minuten Das ist echt Komm mit Achso Das ist einfach nur schmalbar, oder? Ja Du 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 Gerummelmusik Gerummelmusik Oh nein Oh nein Wo bist du? Tot Du Seine Hose aus dem Boden Bam, Lakitu So 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 nämlich Sehr gut Ja Vielleicht schaffen wir das Spiel noch durch in dem Video Wir könnten jetzt natürlich posten in Weverse, dass die beleuchteten Brüder Da ist Matthias Hektory Dass die beleuchteten Brüder Hier gerade was gerockt haben Dann wäre das ein Teaser für alle Leute Dass die beleuchteten Brüder richtig cool sind Oh, Hela Das ist nichts Doch Ist doch Brugs Na klar ist da oben was Da komm aber alleine nicht hin Ich bin da hochgekommen, ich weiß auch nicht mehr Ja, weil ich dich da hochgeschlaufe Nee, ich bin da auch Das ist alleine schon da oben gekommen Aber auch da war es Ja, bin ich auch hochgeschlaufe Ach, das ist auch noch ein sehr gutes Level Das ist releasing ein bisschen Na, das ist das Help von mir Nein Lass nicht mal. Aber Mann! Ich hatte Angst. Ich habe nur Glamerstein. Wieso hast du mich denn nicht kippt? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin einfach ein schlechter Mensch. Ja, das offenbart sich. Wie blütlich. Der eigentliche Gegener ist Luigi. Alter! Mann, ich hatte einen Pätsch. Ich wollte das nur mal testen. Ich hatte einen Pätschner Pätschner. Ja, das ist gut. Ja, ne? Ach, da kommt man da aus. Ja, und da oben kann man erst kein Mario nur durch. Und dann kommt man da oben durch und gibt erst irgendwas ganz Besonderes. Ich weiß aber nicht was. Es gibt ja manchmal die massiv-bedingt-sitz. Ich weiß nicht, ob es die hier wirklich gibt. Ich habe auch kein einziges gefunden. Das hat bei mir aber beim Retire auch ewig gedauert, bis ich das esse. Du oder ich? Ich. Was denn? Das ist ein bisschen was auf mich werden. Oh nein. Du bist ja zwischen dem Block und dem Scroll eingesperrt. Ja. Ich dachte, du? So schwer gewesen. Den Glock und den Scroll. Machst du noch was? Da stirbst du. Hä? Wo soll ich denn da überleben? Da oben wo die Münzen waren. Ja, da komme ich doch nicht hin in der Zeit. Ja. Im Sprungteil. Ja. In dem wir mit dem zusammen gehen. Weißt du? Morten? Ja. Den haben wir schon mal besiegt. Zusammen. Aber das ist viele Jahre hier. Nee. Doch. In der... In der Mario-Zeit. Ja, genau. Aber nicht in der beleuchteten Bruder-Zeit. Ja. Es ist eigentlich schon, auch wenn es Spaß macht, wieder einen gefrorenen Knochenkooper in die Fresse zu werfen. Es ist schon am geilsten, wenn man irgendwie zusammen cool rockt. Ja. 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 Das ist Nebbit. Wollen wir den Nebbit fangen? Nein. Ne. Stop. So, wenn wir damit fangen, verlieren wir unseren Spalierpunkt, das hab ich schon mal gemacht. Schlechte Idee. Fuck! Willkommen zurück bei der gewohnten Qualität der beleuchteten Brühe. Die ersten Videos dieser Videos waren ja noch ganz gut, weil sie den Level sehr einfach machen müssen. Nein! Ich verkeh's auch immer zu grasen. Das hat auch nichts damit zu tun mit unserer Qualität, sondern damit, dass Mario World einfach 10 Mal schwerer ist. Ich bin schon da hinten gerade. Wir sind ja auch richtig abgestürzt erst bei den späteren Leveln, so in der sechsten Welt und so. Was meinst du, was wir hier in der sechsten Welt haben? Ich bin auch ein Klopster-Mann. Kann man das auch machen? Nein! Ich glaube nicht. Ich war einfach nicht hier, Mann. Oh, dann leer ich das. Ich bin schon mal überlegt! Ich bin schon mal ruhig Schritte, aber ganz gut. Ja. Ich bin schon mal auf, wie, ich bin. Ja. Ich bin schon mal öffßer. Aber das ist ja alles gar nicht so schwierig. Dann sollten wir einfach mal stehen bleiben hier an dieser Stelle, zwischendurch auch noch. Ja, das ist ja eine gute Idee. Hier zum Beispiel. Warum hältst du so langsam, Mann? Ich weiß das auch nicht. So, das hast du nun davon. Aber das geht doch so zweitlich gut. Nee, hab ich auch gerade geteilt. Aber leider geht's. Hey, yo. Hey, you. Alla, oui. Nein, tu das nicht. Oh nein! Kannst du nach links? Help me. Achso, eigentlich macht man das andersrum. Nicht da runterfallen. Achso, genau. Da kann man mich eigentlich irgendwie hochkacken. Doch, ich glaub das ist so ein hidden block. Oh Gott. Oh Gott. Der Pilz hätte ich die ganze Zeit rumgespielt. Natürlich kriegst du den. Ja. Warte, da hier ist noch ein hidden Pilz. Da ist doch einer. Wo denn? Das habe ich nicht gesehen. Echt nicht. Jetzt kommt er mit seinem Hammer. Im Sinne von Auto oder Werkzeug? Werkzeug. Den fand ich immer am besten von den Cooperlingen. Werde ich mit dem. Morten. Ich glaube, der ist auch der älteste Sohn. Er ist so der Thronfolger. Der ist hässlicher Weg. Barry ist weg schon. Ja komm, lass mich, lass mich. Du, du pass auf die Prinzessin auf. Du? Das macht was selbst. Der ist ja richtig schwierig für solche Entweder-Verhältnisse. Das stimmt. Hallo. Ja, ich krieg dich ja nicht. Komm, ich mach den Rest. Du denkst die Beine hoch. Ach komm, er macht wieder so ein... Ich mach die ganze Zeit Leben nicht. Ich mach mich alles nichts. Oh Gott. Oh Gott. Hey mir. Ach das war ich. Hast du gesehen? Ja. Das war eigentlich so ein bisschen Dota. Da lief. Another time is sowas von gelogen. Ja, das war's.